Hit Radio FFH sucht Hessens Next Top-Witz. Ja, bei mir ist jetzt Lisa Feller. Hallo. Hallo, guten Morgen. Die hat bestimmt auch einen Witz für uns auf Lager. Ja, natürlich, massenhaft. Also, ich erzähl mal einen, den meine Kinder auch sehr mögen. Bei Fritz, das sind die guten alten Fritzchen-Witze, die erzählen sich wirklich übrigens in der Grundschule immer noch Fritzchen-Witze. So, jedenfalls, es klingelt das Telefon. Und der geht ran, hallo. Oh, und der Anrufer so, ja, Fritzchen, sag mal, ist denn dein Vater zu sprechen? Nein, der ist beschäftigt. Okay, deine Mutter, die ist auch beschäftigt. Okay, irgendjemand, Schwester, Bruder, die sind alle beschäftigt. Sagt er, mein Gott, was machen die denn alle? Die suchen mich. Hessens Next Top-Witz. Jeden Morgen bei Hit Radio FFH. Und was ist dein Lieblingswitz? Schick ihn uns per WhatsApp-Sprachnachricht. 069.